Du machst das gar nicht so schlecht. Denk dich mal die Physik dahinter, man. Wie er sich anstrengen muss. Achtung. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Ich hab eben kurz bei Pudi Puh reingeschaut und er hat dieses Spiel gespielt und meint, das wäre ultra delicious. Und vor allem schwierig. Und ich dachte mir, wer ist der beste Spieler im ganzen Land? Und deswegen starten wir die Show direkt mal. So. Na, wen haben wir denn da? Bei dem Spiel hat man diesen sexy Herren und man arbeitet sich mit dem Hammer durch das Level. Es ist gar nicht mal so einfach. Es sieht sehr einfach aus. Ich weiß, ich weiß. Aber es ist auf jeden Fall total einfach. Okay, Achtung. Shit. Ich wusste nur, geschwind mal diese Physik. Okay, okay, okay. Leute, ich bin's. Okay, jetzt kein Scheiß machen. Kein Scheiß machen. Ja! Okay, okay. Warte. Okay. Gut, das ist schon mal sehr nett von ihm. Warte, warte, warte. Oh, ist das einfach? Also irgendwie ist das wirklich gar nicht so schwer. Nein. Es ist wirklich... Oh, fuck. Okay, 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 okay. Warte mal kurz hier stehen. Lass mich mal runterrutschen. Okay, es ist... Die Musik ist natürlich passend. Dass man nicht direkt... ...in die eigenen Hände beißt. Ah, komm schnell! Okay. Beruhig dich doch mal. Einfach wieder runterkommen. Ja, auch mal die Ausschau genießen. Und dann... Und dann... Nein, schlüpst dich. Jimmy? Verrasch mich jetzt nicht. Jetzt! Jetzt haben wir's! Okay. Okay. Total einfach. Total einfach. Wir freuen uns kurz. Oh, nicht so arg freuen. Heya! Okay, warte, warte, warte. So, wir gehen hier hin. Jetzt gehst du... Alter! Warte, 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 warte. Warte! Okay, okay. 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 And that act of climbing... In the digital world or in real life... Has certain essential properties that give the game it's flavor. Woop! NEIN! No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly... Unremittingly in danger of falling and losing everything. Ja. 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 Da sagst du was. Okay. Okay. Gut. Gut. Chill einfach hier auf dem Ding. Wie er macht. Äh. Achtung. Aaaaah! Zumineide! Äh! Äh! Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Warte. Warte. Beruhig dich, Udo! Hahaha! Wie er so guckt. Wo bin ich? Einfach da drauf. Genau. Einfach auf dieses Fass. Ja. Ja. Gut. 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 If that was ran... Hier liegt einfach so'n Becher rum! Nein! No 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 no! Ach cool. Das ist schön. Ich kann also sagen, dass ich wirklich extrem gut mit der Maus unterwegs bin, wenn ich dieses Spiel meistere. Oh! Er macht sich bereit, um sich einfach herunterzuschmeißen. Bist du dumm? Okay. Das ist echt hart. Ja. Du machst es gar nicht so schlecht. Denk dich mal die Physik dahinter, Mann. Wie er sich anstrengen muss. Oh mein Gott. Halt einfach... Fürs Erste sind wir hier komplett richtig aufgehoben. Chill, 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 chill. Warte, wir müssen so rum. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Muss ich da rüber? Habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte nicht hier runterfallen. Ah, fuck. Okay, Achtung. Das wird jetzt der Todessprung. Warte kurz. Wo gelang? Ah, ja. Warte. Okay, Warte. Ja. Und das machte das Spiel uniquely Frustrating. Aber ich bin nicht sicher, Jasso, Intended zu machen. Die Frustration ist einfach zu der Art von Climbing. Und es ist authentisch zu dem Prozess zu entwickeln, um ein Spiel über Climbing zu entwickeln. A funny was mir passiert, als ich diese Mauer habe. Ich habe eine Idee für ein neues Obstacle. Ich habe es gebaut, gestiert es. Und es würde sich dann einfach nicht so schwer sein. Aber ich konnte mich nicht mehr bringen, um es zu machen. Okay, 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 warte, warte, das ist, das ist die richtige Position hier. Gut gemacht. Warte, zieh dich, zieh dich ran, genau. Die Steuerung ist auf der einen Seite, auf der einen Seite irgendwie intuitiv und dann aber zugleich, ja, da sagst du was, aber irgendwie auch gleichzeitig, scheiß, schwer, zieh dich doch mal an. So ein ganzes Pisswasser läuft aus. Oh, 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 nee, ich sehe es kommen, dass ich hier sonst komplett runterfalle. Und man denkt irgendwie, der Hammer lässt ihn so kleben, aber irgendwie klebt es dann doch nicht. Ich muss nur auf diesen, auf diesen kleinen Stein, nee, ich kann, Alter, halt dich doch fest. Okay. Okay. You're a fucking idiot. Ja, ja, ja. Wenn du in einem Videogame-World, bist du mit Ideen, ja. Und das kann sein, wie wenn du mit Quickset-Cement arbeiten kannst. Du moldst deine Ideen in eine bestimmte Form, die mit spielen können. Und in der Prozess, wie sie mit spielen spielen, beginnen sie zu hart und setzen, bis sie immutable, wie Rock. Und an diesem Punkt kannst du nicht die Welt ändern. Nicht ohne die Bremse in Stückchen zu spüren und beginnst mit neuen Ideen. Oh, ich komme vom Mauspad runter. Das ist so aufregend. Ich ziehe mich hier mal eben ran. Okay, Mauspad kurz zurechtlegen. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Beruhigt euch, beruhigt euch. Achtung, ich gehe runter. Und springt! Nein! Okay, auf ein neues, auf ein neues, auf ein neues. Das gibt es übrigens bald auf Steam, das Spiel... Ja, bald gibt es auf Steam. Gut! Nein, nicht gut. Ich weiß nicht genau. Warte mal, was ist, wenn ich hier hin... Okay, wow, jetzt ist gleich aber wirklich nicht mehr lustig hier. Oh! Man denkt sich, ja, der hält sich fest, aber er hält sich nicht immer fest. Einfach einfach dran sitzen, Alter. Ich will kurz gucken, wie hoch wir springen können. Er rutscht, er rutscht ab. Er rutscht einfach mit seinem blöden Hammer ab. Scheiße, nicht rutscht. Nein! Oh, 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 oh Oh, Leute. Nein. Oh, yeah, damn it, bro. Oh, yeah. Nein. Ja. Arbeit dich hoch. Komm, du bist stark. Das ist nicht stark, was du gerade machst. Okay, okay, okay. Was war das? Das war nichts. Okay, Fridolin. Chill einfach. Oh, chill deinen Tank. Also, ich muss sagen, die Stelle macht mich echt fertig hier. Und dass man seinen Fortschritt nicht abspeichern kann. Man kann nur speichern, wenn man ausmacht. Dann ist man da, wo man ist. Oh, komm schon. Nein. Ja, 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 ja. Ach, komm schon. Okay, okay. 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 Aber wie? Keine Ahnung. Gar nicht am besten, ne? Ja, ja. Nein. Nein. Das ist eine придprosph added. Nein. Nein.